Mein Name ist Geyen, ich bin 27 Jahre alt, komme von Zaffigen und studiere Wirtschaftsinformatik. Ich habe gedacht, Wirtschaftsinformatik ist ein guter Aufbau zu Mediamatikern. Ja, mich interessiert eben Informatik. Nein, das ist scheisse. Man kann sagen, dass ich ein Kichererbslein bin, weil ich die ganze Zeit um die Kichererbslein grinsen bin. Ich mag am liebsten an mir meine Augen. Ich bin Chinesin, aber ich sehe trotzdem nicht so aus wie eine gewöhnliche Chinesin. Bei mir sind es halt ein bisschen grösser geraten. Ich stehe auf Männern, die mich fasziniert, also von den anderen Männern abheben. Ich weiss nicht, also, ah, kann das gerne lösen? Also, wie ich ein Mann angeln würde. Ich bin so, pschschschu. Ist das gut? Ganz gut. Ah, so ein Chance. Ja, das ist gut, okay? Ja, das ist gut, okay? Ja.